Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Paar von Battlefield 1942. Mit den Enrico und mit denen... Doch Dummy, also René. Moin, das bin ich und ich bin natürlich nicht auf seiner Seite. Komm auf meine Seite! Vielleicht bin ich schon im Flugzeug. Aber jetzt machen wir erstmal schön Bomben an, wie das. Weiter erinnert sich. Das erste Video war wohl etwas heil, oder? Und dann kam hier, wenn wir schon da falsch machen. Ja, das stimmt. Oh, das war mal ganz schön. Du bombardierst da das Schiff, ne? Nein. Was denn? Wo ist denn das Schiff? Auf welchen Fall in den Namen? Ja, sag ich dir auch sowas davon. Verdammt, wieso habe ich jetzt weh gedrückt? Nein! Ich habe gerade ein Boot, äh, ein Boot, sag ich schon, ein Flugzeug von euch gekauft. Da habe ich schon drin. W- H- W- 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 und und probierst du es schon? ich hab' mir erzählt, ich hab' mir erzählt die weil er auf die Trägerland meines Worten ja es kenne ich mich an diese Träger oben auch sehen mit seinem Leben Prozent ich glaube die Träger mit mir Leute ist gegen mich gefangen die Luft geflogen Ah ne, du hast Flugzeugträger, oder? Ja, warte, die bist du am Flugzeug respondt, oder ich bin jetzt in deinem Team? Ja, ich spiel nicht gern gegen die Kumpels, die ich hab jetzt bläst, die ist doch scheiße, lieber zusammen mit dem Team. Ja... Gute Gide, Flugzeugträger. Ja, ich bin aber nicht ein Flugzeugträger gewesen, ich war in so einem Schell Rettungsbrot und hab von mir in der Ferne geschossen. Das heißt, ich bin ja eigentlich gar nicht sehen können. Naja, aber wir sollten noch ein bisschen mit den Zuschauern hier quatschen, wie sich das hier zu... ...mal, was ich hier ansehen kann. Also, Battlefield 1950 ist ein Spiel. Es ist zur Zeit, es ist wie früh okay geworden. Ja, und es ist toll. Wir sollten jetzt auch mit Abonnenten und sowas... ...und sowas... Ja, wir schreiben offen auch in den Kommentaren wahrscheinlich ein Team-Sticks zu machen, oder? Oh, lass mal machen. Was bist du? Oh, das ist krass. Torpedo-Bomber. Jeder Torpedo wird von mir treffen. Glaubt mir, Schiffe. Ich flieg die ganze Zeit vielleicht und wirf die Bomben ab. Ich flieg die ganze Zeit die Torpedos ab. Ich konzentrier mich über das kleine Schiff, ne? Nein. Ich konzentrier mich gerade irgendwas bombardiert. Hm, 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 hm. Ich bin gegen das Ding geflogen, Mist. Ich bin gegen das Ding geflogen, Mist. Oh, Gott. Oh, Scheiße, Nein! Ich bin gegen das Ding geflogen. Vogel. Wurm. Oh, ich bin alle gegen einen. Ich bin gestorben. Wieso bin ich jetzt gestorben? Das ist ein heiliges Flugzeug, das ist ein heiliges Flugzeug. Ja, das ist mein Flugzeug wieder. Alter, ich hab das noch mit angesehen, wie das hier... Meine Flugzeugbewegung! Junge, was überfährst du mich? Keine Ahnung, ich füll dich wieder ab. Wo bist du? Nein, es tut mir leid, ich hör jetzt auf. Alter, aua Mann! Messerkampf! Ja! Wir sind so hobby, die Fahrer. Wir sind so hobby, die Fahrer. Hütte. Machen Ja, da waren... Hab'n Torpedo. Torpedo, warte wieder auf mich! Andere ist schon drin! Nein, warte, warte wieder auf mich! Schieb ihn raus! Schieb ihn raus! Schieb ihn raus! Warte wieder auf mich! Warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, so, ich nehm den anderen. So, das haben wir fliegen gelöst. Jetzt hab ich mich schon beschädigen, die Idioten. Ja, jetzt hab ich mich nicht beschädigt. Das war notwendig, jetzt war einer von uns. Ein netter Mann. Das musste geschehen. Haha. Das war geplant. Jojojojojojo. Also für alle Zuschauer, ich bin hier schon mal der bessere Pilot, weil ich nicht so oft abkacke. Aber er macht noch mehr so die Stunts. Und ich sag ihm jetzt, glaube ich, zum 100. Mal, das ist ein Propellerflugzeug. Das kannst du mit den heutigen Jets nicht vergleichen. Looping! Fuck, Motorausfall. Geh an, Motor. Komm mal wieder zum Flugplatz, flieg mir dann gleich mal her. Motor, lass mich nicht im Schicht. Oh, fuck, 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 der Motor geht noch. Aber dieses war bitte keine Stunts, okay? Ja, flieg mir mal den hinterher. Okay, ich bin gleich da. Ja. Moin. Was hast du versucht? Wenn ich dich töten würde, wärst du jetzt schon unten auf dem Grund, das weißt du auch. Auf dem Grund, auf dem Boden. Der soll mal hinten dranbleiben. Hier ist ein Beweisungsschluss. Oh Mann, jetzt. Da wärst du etwas langsamer geflogen. Und hier würde ich noch vor- würde ich direkt an dir dran fliegen. Flieg auch mal bei mir hier unter durch. Fuck, ich wollte getraubt, meine Motoren schmeißen. Genau, fuck. Fuck, ich will nicht sterben, jedenfalls nicht alleine. Ich will nicht sterben, jedenfalls nicht mehr. Kann mal eine etwas längere sein. Ja, ja, ja. Ja, also wie ich plötzlich bin, ich bin, weil es eigentlich war. Also, ja, es ist nicht gerade die beste Grafik. Hauptsache, es macht Spaß. Ja, genau. Man kann jetzt nicht in jedes farbare Teil rein. Ja, genau. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.